Hallo meine Lieben, hier ist wieder Urs Michael Theuß vom Brandenburgischen Konzertorchester. In der Vergangenheit haben wir für euch, für Sie ja immer mal ein kleines Video aus dem Homeoffice ins Netz gestellt. Heute haben wir uns getroffen als Orchester hier in unserem Orchesterhaus in Eberswalde, wunderschön gelegen am Fino-Kanal. Und wir haben unter Einhaltung aller hygienischen Abstandsregeln für Sie ein kleines Frühlingsständchen zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen zusammen alles Gute, bleiben Sie uns treu und wir hoffen uns bald richtig live wiederzusehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist das Brandenburgische Konzertorchester aus Eberswalde und wir bringen Ihnen ein kleines Frühlingsständchen. Alles Gute! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017